Ich hab dir hier das Mikrofon aufgebaut. Ja, soll ich das in die Hand nehmen lieber oder so? Nein, lass es so stehen, okay. Und wir stehen so. Ja, ihr bleibt erstmal stehen. Und tanzen zusammen. Bewegen uns ein bisschen. Handel aber nicht so. Und tu mir einen Gefallen. Mach die Leute an, richtig schön. Powerartig. Efter du anfängst zu singen, schön Power. Okay. Rudi, ab die Musik. Gaby, was bringt dich dazu, Disco-Musik zu machen? Also ich finde, dass Disco-Musik eine unheimlich fröhliche Sache ist. Und es ist keine ernste Musik, sondern einfach fröhlich und lustig. Und man kann sich da so richtig bei austoben. Zum Beispiel finde ich, man kann tanzen, fröhlich sein, lachen. Es ist für mich, es ist was Lustiges. Und was auch etwas Befreiendes, wenn ich jetzt so auf der Bühne stehe und tanze und singe. Ich befreie mich dabei, irgendwo. Okay. Okay. Take me, baby. Take me now. Take me, baby. Take me to the edge of explosion. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.